Allein seit 2014 kamen über 8 Millionen Ausländer nach Deutschland. Die Linken und Grünen freuen sich darüber. Für sie wird hier ein Großprojekt umgesetzt, dass sie herbeisehen, eine Transformation hin zu einer ganz anderen Republik, die alles aufzulösen droht, was wir unsere Heimat nennen, meine Damen und Herren. Und diese Transformation ist radikaler, als es sich die meisten Bürger überhaupt vorstellen können. Und von der es, wenn sie weitergeht, kein Zurück mehr gibt. Es ist die Ideologie einer anonymen, diversen Weltgesellschaft, eine linke Utopie, eine Heilsvorstellung, deren Schlagworte lauten No Borders, keine Grenzen mehr. No Nation, keine Nation mehr, vor allem keine Deutsche. One World mit mehr Diversity, also divers. Alles mit allem vermengt, grenzenlos, bunt, gemischt. Alles erreicht durch Grenzöffnung, Migration und anschließende Quoten. Zwangsquoten. Wir wollen diese große Umgestaltung nicht. Dieses linke Hirngespinst, das wollen wir nicht. Und das darf sie Deutschland auch nicht geben, meine Damen und Herren.